Du hörst das Campus-Magazin Hohenheim als Podcast. Koraz 88.6, das Campus-Magazin der Uni Hohenheim. Ja, hallo ihr Lieben, heute wieder mit dem Campus-Magazin Uni Hohenheim. Wir haben jetzt 16.07 Uhr und begrüßen euch im Studio, sind Katrin und Melanie heute. Hey! Hallo! Melanie, was haben wir denn in der ersten Sendestunde? Ja, also heute ist mal wieder Zeit für Bennys Rock'n'Roll-Duden. Heute gibt es die fünfte Auflage und da sind wir schon sehr gespannt. Und außerdem haben wir für euch herausgefunden, was Prokrastination ist. Also ich weiß es noch nicht, ich bin mal sehr gespannt. Ich kenne das Wort auch nicht, aber wir werden ja dann gleich erfahren, was das ist. Bennys Rock'n'Roll-Duden. Heute mit Fiddler. Ah, Kalifornien. Welcher Jungspund hat sich nicht schon einmal gewünscht, dort seine Jugend zu verbringen? Strandpartys, Skateboards, Surfboards und vor allem 365 Tage im Jahr T-Shirt-Wetter. Man munkelt aber auch von kultivierteren Vertretern der Jugend, denen beim Stichwort Kalifornien nicht sofort Bier aus roten Plastikbechern in den Händen williger College Girls einfällt. Die denken dann wahrscheinlich als erstes an die kalifornische Musikszene, die schon seit über 100 Jahren bekannte Künstler und Bands hervorbringt. Eine der aktuell aufstrebenden Jungbands heißt Fiddler und kommt aus Los Angeles. Gespielt wird Garage-Punk mit einer großen Prise trinkseliger Selbstironie und vor allem verhalten Surf-Sounds. Das Garage bedeutet übrigens, dass der Sound sich eher nach Proberaum als nach Hochglanzstudio anhört. Die Band gibt's seit 2009 mit Zach Carper und Elvis Kuhn je an Gitarre und Vocals, sowie Brandon Schwarzl an Bass und Vocals und Max Kuhn an den Drums. Beim Southside Festival vor ein paar Wochen brachten Fiddler schon um 12 Uhr mittags Die Menge mit ihren poppigen Punk-Songs zum Kochen. Der Bandname kommt übrigens aus der Skater-Poesie und bedeutet so viel wie Fuck it, dog, life's a risk. Anspieltipps Bisher haben die Buben drei EPs und seit diesem Jahr auch ihr Debütalbum am Start. Und wären die Beach Boys Punk gewesen, vermutlich hätten sie wie Fiddler geklungen. Textlich schenken die beiden Bands sich nicht viel, da auch bei den Beach Boys Mädchen und Rausch im Vordergrund standen. Die EPs und das Album enthalten echte Ohrwürmer, die aber bei aller Poppigkeit immerhin clevere Breakdowns und Geschwindigkeitswechsel bieten. Als Einstieg empfehle ich die Stampfer Carnivore Girls und Cocaine. Außerdem gibt's auf der Band-Website die Promo-EP Shit We Recorded In Our Bedroom zum Download für 0,00 Euro. Ausblick Wenn ihr Fiddler jetzt auch live abfeiern wollt, dann müsst ihr euch erstmal gedulden. Der Kapelle steht nun erstmal eine Tour durch die USA, Australien und Großbritannien bevor. Nicht so schlimm, da der sogenannte Sommer bei uns eh jede Strandparty zum russischen Wintermärchen macht. Doch weil das fehlt, schicke ich per Post einen Allbrief an Väterchen Frost. Mein Tipp, Strandfeeling selbst generieren mit dem selbstbetitelten Debütalbum von Fiddler und zwei Tonnen Sand im Wohnzimmer vor dem Kamin. Tja ja, das war's auch wieder mal von meiner Seite. Ich wünsche euch allen fröhliche Weihnachten und einen schönen Skiurlaub. Hier kommen jetzt Fiddler mit West Coast. Ich bin raus, peace out und tschüss. Und wieder eine Runde schlauer Dank-Benni. Hi, my name is Jack and I don't know if Horace is a German word for potatoes or what. Horace. Wir senden Zukunft. Ja, ihr Lieben, das waren Bonaparte mit Anti-Anti. Den Titel kann man ja schier nicht raushören aus diesem Lied. Ja, wir haben Anfang des Semesters mal eine Umfrage gemacht, weil es ist ja immer so neues Jahr und man nimmt sich ganz, ganz viel vor. Und überhaupt wird alles anders und man geht in jede Vorlesung. Und wir haben euch am Anfang des Semesters mal gefragt, was habt ihr eigentlich vor? Und jetzt wollen wir mal gucken, was waren die Vorsätze und wie viel hat man eigentlich umgesetzt? Wie nehmt ihr euch denn so fürs neue Semester vor? Natürlich nicht alles nach hinten rauszuschieben, sondern Sachen früher anzupacken, damit es am Ende nicht so stressig wird. Ich will einfach mehr lernen und weniger schlafen. Ja, auf jeden Fall vorbereiten. Der Stoff ist nicht schwer, aber wenn man sich nicht vorbereitet, wird es sehr schwer. Mir ein paar mehr Namen merken können von meinem Semester. Wenn es so läuft, wie es letztlich ist, gut. Gleich, gleich nach den Vorlesungen alles nachzuarbeiten. Nur nach Einser. Aufhören zu rauchen. Ja, dass ich öfter in die Vorlesung gehe. Meinen Abschluss schaffen. Viele gute Vorsätze also. Vor allem fleißiger sein steht bei vielen ganz oben auf der Liste. Vor allen Dingen fleißiger sein, ja, ja, ja. Und wie hat das so bei dir funktioniert, Melanie? Ja, also ich habe natürlich jeden von meinen Sprachkursen konsequent immer rechtzeitig vorbereitet. Habe auch nie eine Hausaufgabe vergessen. Ja, und ich bin auch nie irgendwie auf den letzten Drücker dran, wenn es irgendwie um eine Prüfung geht oder irgendwie jetzt um die Bachelorarbeit. Also ich bin da immer top motiviert. Ja, und ich habe auch nach jeder Vorlesung alles immer direkt nachgearbeitet und zusammengefasst. Ja, natürlich, also das gehört ja dazu. Und vorher halt schon vorgearbeitet, versteht sich von selbst. Ich meine, wenn die Vorlesungen am Tag vorher auch nicht, dann geht es auch an. Und das Skript einmal durcharbeiten und Wörter nachschlagen, die man jetzt vielleicht noch nicht so geläufig oder die auch nicht so geläufig sind. Also das habe ich schon immer gemacht. Also ja, ja. Dieses Semester hat es total toll geklappt. Ich finde vor allen Dingen, wenn das Wetter dann so schön ist nach der ewigen Regenzeit, da ist man auch super motiviert dafür. Ja, da strahlt einfach die Motivation von innen heraus, wenn man sich denkt, ja und jetzt, wenn doch jetzt die Sonne so schön scheint, dann nutze ich die Zeit, um endlich mal wieder mein Skript durchzublättern. Dieses Semester habe ich so kurz vor den Klausuren angefangen zu lernen, wie noch nie zuvor. Ich weiß auch nicht, irgendwie war da überhaupt keine Zeit und so eine, ich weiß noch nicht, wann ich anfangen soll, Einstellung. Aber es hat bisher geklappt. Also wir drücken die Daumen für mich. Ja, wir drücken dir die Daumen. Das wird okay. Und die Red Hot Chili Peppers, die reisen around the world. Das Campus Magazin der Uni Wunheim. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserer zweiten Sendestunde. Es ist inzwischen 17.07 Uhr und ihr seid immer noch dabei. Das finde ich super, denn wir haben diese Stunde auch einiges für euch vorbereitet. Zum einen machen wir so eine Art Semesterrückblick, denn wir wissen ja, im April hat die Denkbar bei uns eröffnet. Und jetzt wollen wir einfach mal schauen, wie zufrieden sind die Leute und so weiter und so fort. Außerdem, wir haben gerade schon darüber gesprochen mit den guten Vorsätzen und so. Und jetzt haben wir ja die Prüfungen und wir wollten von euch mal wissen, wie klappt es eigentlich mit dem Lernen beziehungsweise wie schafft ihr es, euch vom Lernen abzuhalten. Das gibt es jetzt gleich noch, aber jetzt geht es erstmal los mit Seed und Ding. Viel Spaß. Ja, schüttelt euch. Ja, wir haben es ja eben schon angekündigt. Wir machen wieder einen kleinen Denkbar-Rückblick. Die Denkbar hat ja erst vor ein paar Monaten eröffnet und sie hat am Montag eine erste Bilanz erzogen auf einer kleinen Feier in einem kleinen Rahmen. Schauen wir mal, was da so gesagt wurde. Von diesen Semesters wurde es endlich wahr. Das von vielen Studenten lang erwartete Café Denkbar öffnete auf dem Hohenheimer Campus seine Türen. Wir haben damals vom Eröffnungstag berichtet und auch mit Betriebsleiterin Nadja Betzler gesprochen. Wir sind überwältigt, ja, und auch überrascht, dass wir wirklich um 7.45 Uhr die Tür aufgesperrt haben und es kamen Leute rein zum Frühstück. Das ist bald drei Monate her. Die Denkbar ist nun keine Neuheit mehr, sondern kiedert sich langsam in das Campusleben ein. Ob es ihr gelungen ist, ein fester Bestandteil des Unialltags zu werden? Geschäftsführer Philipp Nicklich zieht für uns bei der offiziellen Eröffnungsfeier am vergangenen Montag Bilanz. Also das Fazit, was wir bis jetzt ziehen konnten in den drei Monaten, sind wir sehr zufrieden. Wir sprechen sowohl die Studenten als auch die beiliegenden Dörfer, Dürker, Plieningen, alle mit an. Wir werden gut angenommen. Das Konzept der Denkbar, Café, Restaurant, Bar und Lounge unter einem Dach zu vereinen, scheint zu funktionieren. Deshalb legt das Team der Denkbar aber noch lange nicht die Füße hoch. Für die Zukunft haben sie noch einige Ideen im Kopf, erzählt Philipp Nicklich. Wir wollen für die Studenten bestimmt noch so Happy Hours auch mal einführen, dass da einfach mal so ein Cocktailabend, ein gemütliches Zusammentreffen wollen wir irgendwie machen. Also wenn wir auf die Studenten auch noch mehr eingehen. Ein Happy Hour, das käme sicher einigen Studisentgegen. Wir dürfen also auf das nächste Semester gespannt sein. Auch der bestehende Söhne. Und hier noch kleine Schwierigkeiten, wo eventuell etwas länger gewartet wird, wie zur Mittagszeit, wenn die Stoßzeit ist, probieren wir auch zu verbessern auf jeden Fall. Mittagessen in der Denkbar und dann trotzdem noch pünktlich zur Vorlesung kommen. Das Denkbar-Team tut alles dafür, ihre Position als Alternative zur Mensa auch im nächsten Semester auszubauen. Stefan Dabat, Rektor der Uni Hohenheim, war bei der Eröffnungsfeier am Montag ebenfalls zu Gast und zeigte sein Wohlwollen für das neue Campus-Café. Der Name hat ja auch vielfältige Bezüge zur Universität. Man könnte ja gerade zu sagen, denken, das ist unser Business. Und insofern, vieles ist denkbar an der Universität, aber es ist eben auch doch denkbar, die Denkbar zu besuchen. Jo, und jetzt gibt's My Ugly Boy. Passt jetzt nicht so ganz zum Thema, aber wir hören's trotzdem. 17.24 Uhr. Ihr hört das Campus-Magazin der Uni Hohenheim auf der 88.6. Jo, wir haben wieder Freitagabend. Die Sonne scheint draußen. Es ist super Grillwetter, einfach Wetter zum Draußensein. Und das waren gerade die Peaches mit In the Valley Below. Ja, kennt ihr das, wenn ihr so Entscheidungsschwierigkeiten habt? Es gibt ja immer die Wochenenden, an denen überhaupt nichts los ist und ihr euch langweilt und Fernsehen gucken müsst oder euer Zimmer sauber macht oder sowas oder eure Eltern mal wieder anruft zum Beispiel. Und dann gibt es die Wochenenden, da gibt es fünf verschiedene Veranstaltungen. Ihr habt drei Partys, zu denen ihr eingeladen seid und in der Stadt ist noch was los und ja, viel zu viele Möglichkeiten und ihr wisst einfach nicht, was ihr machen sollt. Wie ist das bei dir, Melanie, auch schon erlebt? Oh ja, also von Entscheidungsschwierigkeiten kann ich ehrlich gesagt ein ziemliches Lied singen. Alle, die mich jetzt kennen und gerade zuhören, werden jetzt schmunzeln, weil ich bin da echt furchtbar. Ich zögere dann bis zur letzten Sekunde und weiß nicht und dann doch und dann nein. Aber es ist ja auch dann immer alles gleichzeitig. Und wie du gerade gesagt hast, es ist wochenlang nichts, wo du jetzt sagst, okay, ich kriege jetzt hier irgendwie ein Problem. Es passt alles prima. Und dann sind vier, fünf Sachen, wo man unbedingt hin will, alle gleichzeitig. Oder so versetzt, dass es einfach räumlich nicht reicht oder sonstige Späßchen. Ja, ja. Und dann schiebst du alles immer vor dich her, genauso wie beim Lernen und hältst dir quasi die drei Möglichkeiten, sagen wir mal, offen, die du gerne machen würdest, umsetzen würdest. Und am Schluss musst du dich dann ganz kurz für einen entscheiden. Und dann kommt das schlechte Gewissen. Und dann sind alle anderen Leute böse oder irgendwie enttäuscht, weil du dann erst zehn Minuten vor Start quasi sagst, nö, ich komme doch nicht. Ja, vor allem die Fragen ja vorher normalerweise schon immer wieder nach. Und du dann immer, ja, hm, doch, nein, eigentlich will ich ja. Ist das warm halt, ist das echt fies. Nein, natürlich ist es fies, aber man möchte ja auch wirklich. Also ich würde jetzt nie einfach jemanden hinhalten, wenn ich wirklich nicht eigentlich hingehen würde. Übersprungshandlung nennt man das. Ja, das gibt es auch bei Hühnern, wenn die in Gefahr sind. Und, nee, ja, das habe ich mal gelesen, wenn die irgendwie in Gefahr sind und noch was anderes machen wollen, dann fangen die manchmal an, einfach die Körner vom Boden aufzupicken, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen, dann machen sie was anderes. So ist das bei mir auch immer. Ich fange dann zwar nicht an zu essen oder fange an, auf dem Boden irgendwas rum zu, ja, in meinen Mund reinzustopfen, aber ich mache dann auch was anderes. Ja, man lenkt sich einfach ab und konzentriert sich auf diese Woche und Samstag ist ja noch lange hin und plötzlich ist Samstag da und man denkt sich, ups, da war noch was. Und so ähnlich geht es auch bald bei der Umfrage, die hier gleich laufen wird. Wir haben nämlich gefragt, was ihr macht, um euch vom Lernen abzuhalten. Das sind auch Übersprungshandlungen. Ich finde es gut und Crow, ja, whatever. Ja, um mich vom Lernen abzulenken, höre ich nebenher meistens ein bisschen Musik oder auch abends oder ich schaue abends ein bisschen Fernsehen. Dabei kann ich auf jeden Fall dann entspannen, ja. Ich gehe raus oder lese was, aber ich muss gerade nicht lernen, von daher. Mein Gott, ich gehe ganz viel Kaffee trinken mit Freunden. Fernsehen anschauen, filmen, anschauen, keine Ahnung, also mit Freunden irgendwo ausgehen. Ich schaue ganz viele Artikel bei Wikipedia nach. Ich finde da voll die interessanten Sachen auf einmal, die ich eigentlich sonst ziemlich langweilig fände und ja, und ich schaue mir auch so Blödsinn im Fernsehen an. Um mich da an abzulenken, ja, dafür müsste ich erst mal anfangen. Nein, aber ich mache eigentlich Sport, ganz viel Sport. Gar nichts, wir sind noch hier zum Lernen. Das ist nicht schwer, ich weiß nicht, es passiert einfach irgendwas. Ich treffe Freunde, trinke einen Kaffee, räume mein Zimmer auf. Fernsehen gucken, an die frische Luft gehen. Ich schaue fern und spiele am Computer oder ja, irgend sowas, irgendwas Mediales. Musik hören, Freunde treffen, weggehen, Kaffee trinken. Ja, das sind doch jetzt relativ gute Möglichkeiten. Ich würde mal sagen, da habe ich die ein oder andere Idee mitgenommen. Ja, ja, ja. Doch, also das eine oder andere könnte man durchaus noch irgendwie einbauen in die Ideenliste. Und ich würde sagen, da denke ich jetzt mal noch drüber nach. So lange könnt ihr Nirvana hören mit Smells Like Teen Spirit. Viel Spaß. Riecht nach Teen Spirit, ja. Ja, das war Genetik. Ja, es ist auch schon wieder soweit. Wir haben fünf vor sechs und deshalb ist das Campus-Magazin schon wieder zu Ende. Das Campus-Magazin schon wieder zu Ende. Heute bitte entschuldigen wir doch alles. Ja, und ich habe heute Morgen schon eine Klausur geschrieben. Okay, das entschuldige ich noch mehr. Deshalb sind das dann Findungsfehler in meinem Wortschatz, die entstehen können. Ja, die zwei Stunden sind schon wieder vorbei. Wir hoffen, ihr seid jetzt ein bisschen informierter und auch gechillter fürs Wochenende. Und ja, nächsten Freitag gibt es die letzte Sendung vom Campus-Magazin. Dann verabschieden wir uns schon wieder, weil wir natürlich auch mal anfangen müssen zu lernen und die Sendung ja immer sehr viel Arbeit bedeutet für uns. Und ja, im nächsten Semester sind wir natürlich wieder total am Start und wir hätten gerne, dass dann noch ein paar mehr Leute bei uns mitmachen. Also, falls ihr Interesse habt natürlich. Wir treffen uns dann wieder wie immer in unserem Raum und werden es nochmal anteasern. Und ja, Uhr auf der 88.6 oder einfach live online streamen ist wahrscheinlich besser. Da gibt es übrigens auch eine Webcam und hier sind immer ganz, ganz hübsche, tolle Menschen im Studio, die ab und zu komische Verrenkungen machen, wenn ihr das mal sehen wollt. Ja, es ist immer ein kurzes Standbild. Also, ihr habt da vermutlich echt Spaß. Ja, ja. Vor allen Dingen, wenn man gerade so ein komisches Gesicht gezogen hat, ist es super, dass es vier Sekunden dran ist. Ey, guck doch mal, nicht so blöd. Äh, okay. Ja, wir hören jetzt noch die Fantastischen Vier und dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Das waren Melanie und Katrin. Schönes Wochenende. Das war das Campus Magazin Hohenheim als Podcast. Mehr Infos zur Sendung unter facebook.com slash campusmagazin. Hohratz. Campus. Das Magazin. Das Magazin Center. Das Amazon Textat